Und dann Moinsen zum zweiten Teil des Doppel-Uploads heute. Ich wollte einfach ganz simpel die VfB-Ratings und die VfB-News nicht in ein Video packen. Ist jetzt einfach komplett gesprengt von der Länge wahrscheinlich. Deswegen sehr gerne abchecken. Ging ja so gegen 15 Uhr online jetzt. Also vor der Bundesliga und die VfB-News gehen jetzt hier nach der Bundesliga online. Auch wenn Standartinge hier wie gesagt auch circa 15 Uhr ist. Das ist wie immer alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Im schönen Sammellink, den ihr jetzt seit ein paar Videos kennt. Wir fangen an mit ein bisschen random quasi. Gehen dann natürlich noch auf ein paar Einzelspieler ein wie immer. Und danach natürlich ein bisschen Hitzesberger noch. Bis in die Entscheidung und gegen Ende noch das aktuelle zum VfB auch Leverkusen und sowas. Was jetzt ja morgen ansteht. Also eine wichtige Meldung, die fast ein bisschen untergeht. Schreibt der Ricky Palm. FAN-Projekte gesichert. Die Finanzierung aller Fußball-FAN-Projekte ist bis Ende 2022 gesichert. Insgesamt fließen damit laut Bundesarbeitsgemeinschaft der FAN-Projekte jährlich weiter rund 15 Millionen Euro in die soziale Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 50% kommen aus dem Fußball. DFB und DFL. Hier 25% steuern Bund und Länder bei. Schöne Meldung würde ich sagen. Genauso wie das hier. Frauenfußball im VfB. VfB über Türkheim. Frauen. Sichert euch eure Dauerkarte für einen Preis von 35 Euro. Ermäßigte Dauerkarten liegen bei 20 Euro. Also wer da Bock drauf hat, die ein bisschen zu unterstützen, wenn ihr diesen Frauenfußball unterstützen will, kann das für Dauerkartenverhältnisse für recht wenig Geld machen. Ihr habt natürlich keinen Vergleichswert im Frauenfußball so. Auch vom Niveau her kein Plan. Aber natürlich ist nochmal ganz andere Kategorie als quasi erste Fußball-Bundesliga. Genau, auch krass. Das hatten wir damals auch miterlebt, als noch Zuschauer rein durften. Das ist jetzt ewig her. November 2019. Das Derby gegen den KSC, wo ja die ganz viele KSC-Fans nicht reinkamen, weswegen die Stimmung nicht so Derby-mäßig war. Wo es ja diesen Polizeikessel gab mit KSC-Fans drin. Fast 600 KSC-Fans lese ich hier im Text vor mir, weil ich ihn nicht komplett lesen kann, weil es leider ein Plus-Inhalt ist. Aber die Überschrift sagt eigentlich schon das meiste Polizeikessel bei Derbys KSC in Stuttgart. Gericht stellt Unverhältnismäßigkeit fest. Da haben bei den meisten Fans, selbst die VfB-Fans solidarisiert mit den KSC-Fans, dass die Polizei da ein bisschen unnötig am Werk war. Und das hat sich jetzt wohl scheinbar in der Form bestätigt. Soweit wir das jetzt hier lesen können. Auch sehr interessant. Die ganze 2G-Plus- und 2G-Geschichte da mit dem Stadion. Auch bei uns Baden-Württemberg kommt ja dann 2G, wenn eben Intensivbetten dementsprechend belegt sind. Oder ausgelastet sind jetzt, glaube ich, das bessere Wort. Beim KSC, jetzt habe ich schon drehen, bei Kaiserslautern, auch mit K, ist es schon quasi der Fall. Das 2G-Plus mit Rheinland-Pfalz. Hier, ich lese einmal vor, dass der Twitter-User geschrieben hat aus der Meldung, weitreichende Lockerung beim Stadionbesuch in Kaiserslautern durch 2G-Plus. 25.000 Zuschauer erlaubt. 10% Gästekontingent. Das ist schon mal was ganz anderes. Meine 25.000 sind immer noch für alles die oberste Schwelle quasi. Auch wir dürften nur maximal 25.000 ja reinlassen gerade. Das ist ja so die Schwelle gerade. Da auch die Debatte, ob man die vielleicht jetzt schon mehr machen kann, als die 25.000 überall in ganz Deutschland in den Stadion als Obermarke zu nennen. 2G-Plus heißt also auch da, das Meistige an 2G und ein paar gehen an 3G. Ähnlich wie es in Frankfurt der Fall ist und war. 25.000 Zuschauer sind auch deutlich mehr als bisher kamen. Ich glaube, bisher kamen so 10.000 bis 15.000 Zuschauer oder so. Ich weiß nicht genau, wie viele rein dürften, aber kamen um die 10.000 oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. 10% Gästekontingent ist auch dann wieder die Normalität. Das ist das normale Gästekontingent, was wir haben beim Stadionbesuch. 10%. Gerade in der Bundesliga sind wir ja bei 5%. Die Hälfte darf da kommen. In Frankfurt war ja auch der Fall. 1.200 Karten ging an die Fans im Fanblock offiziell. Eigentlich dürften da viel mehr rein. Dauerkarten können wieder genutzt werden. Die Ticketpersonalisierung entfällt. Keine Abstandsregeln mehr am Stein und es gibt wieder Alkohol. Das ist einfach hier noch genannt als Beispiel, wie es beim VfB möglicherweise aussehen könnte, sollte hier 2G kommen in Baden-Württemberg. Vielleicht dürfen wir, also ich glaube nicht, dass an den 25.000 was zu regeln ist, ist aber Gästekontingent, so Geschichten, Dauerkarten. Hier ist so ein kleines, doof gesagt, Vorreiter, auch wenn es nicht ein richtiger Vorreiter ist, ist es ja immer noch auferlegt von Rheinland-Pfalz. Aber so ein bisschen ein Vorreiterbeispiel, wie es aussehen könnte mit diesen Maßnahmen. Dann zum Schluss hier noch von der Kategorie, wie auch immer, ist ein Klartext von Pablo Maffeo, hier von STN, der scheinbar ein Interview bekommen hat oder gemacht hat in Spanien, wo er gerade beim RSC Mallorca am Start ist. Es gibt auch eine Kaufpflicht bei Klassenhalt, bisher läuft es da glaube ich auch dementsprechend gut, also könnte gut sein. Genau, aber hier selbst mit einer Rückkehr nach Stuttgart könnte er sich anfreunden, also im Sinne von, da war ein paar Vorwürfe drin, ein paar aber auch selbst Eingeständnisse drin, dass es ja nicht so gut lief bei ihm, dass er auch viel selber damit zu tun hatte. Sagt aber tatsächlich über den Weinzierl zum Beispiel, er hat sich wenig respektvoll mir gegenüber gezeigt und sich vor dem Team und vor der Öffentlichkeit über mich ausgelassen. Ich habe nie ein Wort gesagt, er war sicher der schlechteste Trainer, den ich je hatte, zum Glück ist er nicht mehr dort. Das ist krass, sagt auch generell, ist die Situation ein ganz anderes beim VfB als noch damals, 18, 19. Sagt selber auch, ich habe mich sicherlich auch nicht vorbildlich verhalten, ich war ein kleiner Rebell und sowas, wäre ich etwas nicht verstanden, mich ärgerte, habe ich bockig reagiert. Ein sehr, sehr interessantes Interview, ist ja die Frage, wie viel man da jetzt quasi irgendwie ihm anhängt oder wie viel man hier sagt, ja, stellt sich selbst dar und schießt mich tot, wie viel böses Blut quasi noch in Richtung Maffeo ist da bei einem, wenn man es liest. Ich sage, er sei Erwachsener, sieht auch das Positive in dieser Erfahrung beim VfB, sagt auch, dass er, ja, nochmal, wenn er beim VfB zurückkommen würde, quasi auch im Platz im Team kämpfen würde, auch wenn ich nicht glaube, dass da noch irgendwas läuft. Und das letzte, letzte Satz ist auch noch sehr, sehr interessant. Ein Detailseinspeich, das schon gehört, vor über vier Jahren stellt er dann auch noch richtig, die Behauptung, Pep Guardiola habe ihn zu diesem Schritt geraten, sei falsch. Als das herauskam, fragte ich nach und hat mir gesagt, dass es eine PR-Maßnahme war. Das passt halt leider auch 100% rein in diese Dietrich- und Reschke-Zeit. Irgendwie das doppelt und dreifach geil zu laufen. Guck mal, wir haben einen von Guardiola persönlich auf dem Silbertabett hingelegt, der hat gesagt, geht zu dem, voll die Galaktion. Am Ende stimmt das gar nicht und war nur PR, um diesen Transfer noch mehr hoch zu hypen. Ja, wildes Interview, sehr, sehr wildes Interview an der Stelle. Wir kommen zu Einzelspielern. Nairou Amada ist aktiv am Ball und trainiert mit Martin Franz individuell, hat der VfB getweetet. Mal gucken, wann der sein Comeback feiern darf. VfB testet halt nicht aus Japan, der Chase Anri. Ich tippe mal, dass man ihn so ausspricht wahrscheinlich, weil es hier auch um Highschool ging und sowas in Japan. Deswegen glaube ich schon, dass man den Chase Anri ausspricht, keine Ahnung. Ich lese den ganzen Blog dazu, ihr habt es wie gesagt alles in den Kommentaren, in der Videobeschreibung. Aber gut, der gute zu Barca, 18.390, der Insider auf Transfermarkt.de sagt aus, ja, unglaubliche Athletik, sehr, sehr interessanter Spieler, aber von dem, was er kann und wie weit er ist, Barca natürlich erstmal was von in Richtung U19, U21 und nicht erster Mannschaft. Mal gucken, weiß nicht, wann jetzt diese Probewoche oder wie immer es geplant ist, dann vorbei ist. Ob der VfB ihn verpflichtet, mal gucken, wie gesagt, um die U21 von Frank Fahrenhorst, da ist er jetzt auch im Probetraining, wie gesagt, mal gucken, ob wir da eine neue Verpflichtung irgendwann veröffentlichen werden mit dem Kollegen aus Japan. Dann natürlich auch zu Oma Mamush, um da auch kurz noch zu sagen, nicht überhypen. Der hat ein Spiel gemacht in Frankfurt, was sehr, sehr ordentlich war und sehr, sehr, ja, Hoffnung macht auf mehr. Mishin hat auch schon gesagt, wir werden uns im April zusammensetzen und darüber reden, was jeder will. Ist ja auch logisch, weil, wie gesagt, wenn der im Sommer zurück in Wolfsburg, ist dann noch ein Jahr Restvertrag. Das heißt, es könnte sich eine Konstellation ergeben, auch ohne Kaufoptionen oder Kaufmöglichkeit, anschließend an die Laie, dass man ihn dann eben, ja, erstmal zurück nach Wolfsburg schickt und du sagst, zwei Tage später wird er verpflichtet dann. Also, alles mal gucken, aber das muss auch das Laiegeschäft dementsprechend laufen. Erstes Spiel war schon mal sehr, sehr vielversprechend. Sehr vielversprechend wurde auch die Aussage vom Berater von Silas, Mehmet Eser, sagte, Silas hat sehr fleißig gearbeitet, sein Knie ist stabil, er ist vollkommen gesund, das haben unsere Ärzte und auch der VfB bestätigt, er wird zeitnah wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen können. Ja, wir rudern direkt zurück mit der Aussage vom guten Rino Matarazzo auf der Pressekonferenz, nach dem Motto, habe ich was verpasst? Ja, ich kann es nicht bestätigen, er ist fünfeinhalb Monate weg aufgrund der Verletzungen, die er hatte und auch seinen Körperbau und die Dynamik, die er für sein Spiel braucht, wäre es nicht sinnvoll, ihn zu früh ins Training zu integrieren. Der Plan bleibt, dass er Mitte November einsteigen kann. Also, ein bisschen vorgegriffen vom Berater von Silas, ein bisschen überhyped erst mal auf die Bremse getreten. Ich glaube, wenn wir sie das dieses Jahr nochmal sehen auf dem Platz mit einer Einwechslung, können wir uns, glaube ich, schon glücklich schätzen und dann, wie gesagt, gerade bei so einer Verletzung, gerade bei so einem Alter und gerade bei dem Spieler so ruhig rangehen, wie es nur geht, damit er nicht nochmal irgendwie eine Scheiße passiert direkt im Anschluss. Selbige gilt auch für Sascha Kalajic, der eben mit Silas ein paar schöne Instagram-Story-Bilder hochgeladen hat, beide zusammen quasi im Training in Reha, wie auch immer quasi eben in ihrer Verletzungspause gerade, bei Kalajic ist ja auch erst das neue Jahr, die Rückrunde, das Ziel dann, dass er wieder zurückkommt ins Team. Und ganz zum Schluss finde ich auch ganz lustig, ich meine, Klut hat jetzt einen Twitter-User geschrieben, wie bei den meisten Twitter-Geschichten, weiß ich nicht genau, ob es stimmt, wir nehmen es mal so an, dass es stimmt. Kleiner Funfact zu Flo Schock, also unser dritter Keeper jetzt, der ja hochgezogen wurde, sein Einstandssong am Mannschaftsabend war von den Toten Hosen, ich würde nie im Leben zum FC Bayern gehen, das Gelächter war groß, aber es hat nicht jeder unserer Jungs mitgesungen, berichtet er, wenn das so stimmt, sehr, sehr lustige Aktion, den Song auszuwählen, absolute Ehrenaktion vom guten Florian Schock. Dann gehen wir natürlich zum Thema Hitzesberger noch kurz, da geht das VfB aktuell ab, checken natürlich, da noch brandaktueller dran gewesen, noch schneller dran gewesen, das ist das erste Brainstorming direkt rausgeballert, für euch noch da in den Kommentaren schon ein bisschen Meinungen von euch eingeholt, ja, wie gesagt, Hitzesberger vielleicht nicht beim VfB, ist die offizielle Meldung nächstes Jahr im Herbst läuft der Vertrag aus und er macht nicht weiter als Vorstandsvorsitzender, lustiger Kommentar dazu war quasi, Missler holt jetzt einfach ein 17-jähriges französisches Talent für den Posten für Hitzesberger, würde man zutrauen, ein bisschen ernster gemeint, war einer hier mit Niemand ist größer als der Verein, was man auch hitzunabhängig, Vogtunabhängig, um das wieder aufzugreifen, sagen kann, das stimmt auch einfach so, zu dem Thema sagt dann Hitzesberger aber auch in der Medienrunde, dass es eben nicht irgendwie der Streit damit, mit einem guten Klaus Vogt, irgendwie ausschlaggebend war, die Frage, wie viel das stimmt, also ich glaube, 100% lieben werden sich die beiden jetzt auch nicht, aber er sagt, nur Positives zu berichten, kein Ärger, der zu meinen Entscheidungen geführt hat, es hat auch keine Ambitionen als DFB-Präsident, sagt, aber mal gucken, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, wo es Hitzesberger hinzieht im nächsten Herbst oder was eben quasi jetzt dann folgt für ihn, muss ja nicht heißen, dass es direkt irgendeinen neuen Klub hat, aber was eben für ihn folgt, kommen natürlich auch wieder schön ein paar Zitate raus, nämlich das vom 15. März 2021, von Hitzesberger, ich möchte hier bleiben, ganz einfach und zwar lange, wir haben viel vor uns, nur Vogt hat damals, das war die Pressekonferenz mit den beiden zusammen, hat auch damals gesagt, wir haben einen Weg eingeschlagen vor einiger Zeit, ja, drei Monate später ist, äh, drei Monate später, stimmt gar nicht, März, oh Gott, rechnen, sechs Monate später ist der Kollege oder sagt der Kollege, dass er weg ist, ja, ist ein bisschen schade, ist ein bisschen schade gelaufen, und so, ähm, zu dem er über Mislintat, hat auch hier der Marco Schumacher, ähm, hat er damals nachgefragt, am 18. Januar in, Gott, was war es, die Sky-Version vom Doppelpass quasi, Sky 90 heißt es, glaube ich, ähm, hat der Mislintat ja gesagt, jo, nee, ich bin im VfB verschrieben, ganz unabhängig von Leuten, wenn ich jetzt hier, äh, Armada hole, Cissé hole, irgendwen hole, irgendwelche Talente hole, und sage, hier ist der Weg für die nächsten vier Jahre, und dann im halben Jahr weg bin, dann ist das ja auch scheiße, also er geht den Weg mit, und ist im VfB verschrieben, und eben diese Aussage, ähm, aktuell noch, sagt da Marco Schumacher auch nochmal, ist hier kein Grund daran zu zweifeln, dass diese Aussagen auch weiterhin Gültigkeit besitzen, also, es heißt nicht direkt, nur weil Hitz ist, Hitz weg ist nächstes Jahr, ist auch Mislintat weg, das ist nicht gegeben, ähm, gehen natürlich wieder beidseitig, äh, quasi links und rechts, ähm, einmal Hitz, äh, so ein bisschen, lasch gesagt, gibt's Hit, ja, wird, wird Hitz eine übers Maul gewischt, äh, selber auch bei Vogt dann gleich noch, ähm, nämlich hier von Fokus.de, irgendwelche Insider, irgendwelche, ähm, wo haben wir's denn hier, in dem Ticker, irgendwelche alten Mitarbeitern, und schieß mich tot, das erscheinbar überfordert, Werder Hitz des Berger und so Geschichten, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, also, keine Ahnung, es ist jetzt wieder dieses, dieses, dieses Hochheben von Vogt und Hitz, was man eigentlich irgendwo mal langsam beerdigen dürfte, eigentlich zum Wohle des VfB-Dorf gesagt, ähm, hier genau, ähm, ein ehemaliger leitender Angestellter sagt, äh, er sei hoffnungslos mit dem Amt überfordert, anderer VfB-Insider beschreibt den Vorstandsvorsitzenden als Selbstdarsteller, dem alle auf den Leim gegangen sind, wir switchen einfach mal eine Nachricht weiter quasi, und da ist dann von der Bild das gleiche, Vogt, ähm, ja, jetzt muss der Präsident liefern, einer murrt schon, und da wird dann, geht's eher in die Richtung, dass Vogt beim VfB jetzt alles seine Widersacher weg hat, und jetzt quasi sein Imperium aufbauen kann, ganz übertrieben gesagt, ja, wieder beide Seiten, gibt's irgendwelche Meldungen, ja, hab keine Ahnung, was ich, was man davon groß halten soll, für uns VfB-Fans ist, glaube ich, das Nummer 1 Ziel, dass es hier alles rund läuft, und dass jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, ja, dass dem Verein gut geht, und erstmal das Personalien unabhängig, alles läuft einfach beim VfB, ne, und solange das gegeben ist, sollen sie alle irgendwie schreiben, und irgendwelche Machtkämpfe wieder aufhitzen lassen, von vor Monaten, ähm, ist ein bisschen nervig, finde ich, ist ein bisschen leidig, aber so ist es halt nun mal, ähm, dann gehen wir noch zu den aktuellen Geschichten, Verdi, ganz wild, Verdi äußert sich zur Betriebsratswahl beim VfB, jetzt haben wir es, äh, Zuspruch für den VfB, gehört mit der Wahl einer neunköpfigen Vertretung, für die rund 330 Beschäftigten, seit der VfB, seit der Fußball-Bundesnig ist, Zitat, ein Vorbild für die Liga, so Verdi, das ist ja die Gewerkschaft, ähm, ja, und stellt dem VfB dick, äh, dick Lob aus, ähm, das ist gut für die Beschäftigten des VfB, das ist auch eine sehr gute Nachricht für tausende Fans, denn Unternehmen mit, mit Betriebsrat sind erfolgreicher, und so Geschichten, von dem her, von dem her, ähm, laut der Gewerkschaft ist der VfB nach den Champions-League-Teilnehmern, Borussia Dortmund und VfB Wolfsburg erst der dritte Bundesliga ist, mit einer Vertretung der Belegschaft, ähm, genau, also, Lob, äh, von quasi ganz offiziellen Geschichten, dass der VfB als Verein und so weiter gut aufgestellt ist, soweit ich das hier verstehen kann, ähm, dann Änderung der Mitgliedsbeiträge zum 1. Januar 2022, wurde ja abgestimmt mit 80,32% Ja-Stimmen, steht hier im Artikel vom VfB nochmal, ähm, ja, Mitgliedschaft kostet jetzt, was mich angeht, Jugendliche, junge Erwachsene, 15 bis 1,25 Jahre kostet, äh, jetzt 30 Euro, ähm, im Jahr, davor waren es 24, also 6 Euro Erhöhung, ähm, ja, das hö, die höchste Erhöhung, die ich hier finde, sind 30 Euro pro Jahr, das sind dann Familien oder das sind dann Firmenmitgliedschaften, so Geschichten, also es ändert sich jetzt nicht immens, ähm, aber, ja, wurde dafür gestimmt, das sind jetzt hier die Dinger, hier, äh, Kinder bis 1,40, 40, 40, yo, 14 Jahre, zahlen es 21 Euro, davor waren es 18, so Geschichten, also, Riesenunterschiede nicht, um das noch abzuschließen, äh, Erwachsene, 26 bis 1, schließlich 64 Jahre, zahlen es 60 Euro, da sind es halt dann 12 Euro mehr Erhöhung, davor waren es 48 Euro, genau, wir gehen weiter, let's putz connect, auch sehr lustig, kam heute erst raus vom VfB, äh, anlässlich des heutigen World Clean Update, unterstützten wir die stadtweite Müllsammelaktion und machen zusammen mit Thomas Klaus, unsere U16, Fritzl und zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund ums Stadion richtig sauber, schöne Aktion, auch Christian Riedmüller müsste ich hier, glaube ich, erkennen auf dem Bild, schöne Aktion, um das Beispiel zu nehmen, saubere Aktion vom VfB, ähm, Pressekonferenz haben wir vor gestern noch, wurde mir in den Kommentaren ergänzt, ähm, dass bisher laut Pressekonferenz stand, also gestern früh, äh, 21.000 Karten wohl verkauft sind für den VfB, ich habe jetzt Pressekonferenz ehrlich gesagt nicht geschaut gestern, ähm, sondern eben nur wieder die Twitter, ähm, Aussagen, die Twitter-Postings vom VfB zur PK da genommen, 21.000 Karten verkauft, 25.000 dürfen ja rein, mal gucken, wie viele es dann morgen endgültig sind beim Heimspiel, und das auch das letzte Punkt, nämlich das Heimspiel, ähm, wo wir auch schon ein paar Geschichten wissen, ähm, wer quasi nicht bei uns morgen im Kader sein wird, ähm, wegen der Aufstellung von Frank Farnhorst vom VfB-Skort 2, die jetzt gegen Balingen spielen, äh, auch ab 15.30 Uhr heute, da sehen wir zum Beispiel Alu Kohl in der Startelf sehen wir, und eben auch Enzo Milo in der Startelf, auch Nicolas Nathai in der Startelf, genauso auch Fahir, ähm, der tatsächlich hier Wahidullah heißt, also ich glaube Wahid ist dann eher eine Abkürzung davon, wie auch immer, auch ein Musa Sisee, ähm, ist auf der Bank, also das ist der Linksverteidiger aus Frankreich, nicht Momo, Sie sehen, der ist ja weiterhin, glaube ich, verletzt noch oder angeschlagen, das heißt, die Kollegen hier, wie gesagt, aus dem Brünsinger Kader, Nicolas Nathai, Enzo Milo und Wahid Fahir, Fahir, werden auf jeden Fall morgen dadurch nicht im Kader sein, beim VfB. Genau, und damit wär's das, ähm, Global Outload ist abgeschlossen, ich hoffe, euch haben beide Videos gefallen, ähm, morgen, wie gesagt, Heimspiel Genneverkusen, ihr könnt den Vlog natürlich wieder erwarten, dann auf morgen Abend, schrägstrich morgen Nacht, ähm, und dann, vielen Dank fürs Zuhören, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.